Der Prophet sagt, die Verkäufer und Verkäufer, das heißt die Vertragskontrahenten, sie sind im Khiyar. Wie hat er das hier übersetzt, im Khiyar? Eine Verkaufsvereinbarung kann widerrufen werden. Das heißt, der Käufer und Verkäufer Al-Bay'an oder die Vertragspartner, nennen wir es mal so, die Vertragspartner, haben widerrufsrecht, solange sie nicht voneinander gehen oder auseinander gehen. Das heißt, solange sie in der Vertragssitzung sind, solange sie beide dort sind, sich nicht abgewandt haben voneinander, sich nicht abgewandt haben vom Thema der Sitzung oder vom Handel oder vom Vertrag, haben sie das Widerrufsrecht. Das nennt man Khiyar al-Majlis und das ist bei sämtlichen Mazahib tatsächlich Fakt und besteht, dieses Anrecht, außer bei den Malikien. Al-Imam Malik kennt sowas wie den Khiyar al-Majlis nicht. Er kennt aber den Khiyar al-Majlis, also es ist nicht so, dass er den Khiyar al-Majlis nicht kennt. Er überliefert ihn auch in der Muatta. Diesen Khiyar al-Majlis überliefert Al-Imam Malik in der Muatta, in seinem eigenen Khiyar al-Majlis Buch. Aber er ist nicht der Auffassung, also er hat für diesen Hadith eine andere Interpretation, beziehungsweise er sieht, dass dieser Hadith in Konflikt steht mit etwas anderem, weswegen er den Khiyar al-Majlis, so wie ich ihn gerade dargestellt habe, nicht anwendet. Es wird erwähnt, dass Al-Imam Malik von jemandem gefragt wurde, jemand hat ihn gefragt, du erwähnst diesen Hadith in deinem Buch, aber du richtest dich nicht nach ihm. Dann sagt er, absichtlich habe ich ihn erwähnt, damit deinesgleichen nicht denken, ich würde ihn nicht kennen. Das heißt, einen Hadith, also nicht nach der vordergründigen Bedeutung eines Hadiths zu gehen, heißt nicht, dass man ihn nicht kennt, sondern es kann sein, dass es eine Konfliktsituation gibt und ihm eine andere Quelle vorangegeben wird. Aber wie gesagt, das ist der Madhib der Jamahir, der Ahlul-Inm und der Hanabila, der Shafi'iyah, der Hanafi'iyah, dass es sowas wie den Khiyar al-Majlis gibt. Bei den Hanabila gibt es sieben Formen des Widerrufsrechts. Eins davon ist das Khiyar al-Majlis. Das heißt, ich verkaufe jetzt einer Person etwas, wir treffen uns irgendwo in seinem Geschäft oder bei ihm zu Hause oder auf der Straße und wir tauschen die Ware aus. Ich händige ihm die Ware aus und nehme von ihm. Bei einem Tauschgeschäft. Und dann, also das ist sozusagen formell gesehen abgeschlossen. Aber dann bereue ich und bedauere ich diesen Handel und denke, dass ich es eigentlich gar nicht benötige oder dass es für mich nicht Vorteilhaft ist. Und dann kann ich ihm sagen, hier, nimm es wieder zurück und gib mir mein Geld wieder zurück. Oder was auch immer ich ihm gegeben habe. Geht das? Es geht. Ist es eine freiwillige Handlung? Es ist ein Muss. Der Verkäufer oder auch umgekehrt, der Käufer muss sich daran halten. Das heißt, dieses Widerrufsrecht ist keine freiwillige Angelegenheit. Es ist verpflichtend und verbindlich. Wenn sie sich dann voneinander trennen, das heißt, sie gehen auseinander oder ich verlasse den Laden, seine Wohnung und komme dann wieder rein. In diesem Fall ist es nicht mehr verbindlich für ihn. Das ist der Chiyar al-Majlis. Es gibt den Chiyar al-Sharth, Bedingung. Das heißt, ich kann vereinbaren mit dir, ich habe zwei Wochen Widerrufsrecht. Zwei Wochen Widerrufsrecht. Drei Wochen, vier Wochen, zwei Monate. Das können wir untereinander vereinbaren. Das nennt man Chiyar al-Sharth. Dann gibt es den Chiyar al-Aib. Chiyar al-Aib bedeutet Widerrufsrecht bei Mängeln. Das heißt, ich entdecke einen Mangel, der schon während des Verkaufs da war, den du mir verschwiegen hattest oder von dem du selbst auch nichts wusstest. Auch dann habe ich ein Widerrufsrecht. Ich kann das zurückgeben ohne Wenn und Aber. Chiyar al-Rabben gibt es. Das heißt, Widerrufsrecht bei Wocha. Wenn man jemanden, wie man in der Umgangssprache sagt, über den Tisch zieht. Das heißt, ich stelle fest, dass du mir ein Produkt für den hundertfachen Preis verkauft hast, was gar nicht mehr im Rahmen des moralischen Handelns ist. Und da habe ich auch das Recht, das zurückzugeben. Also es gibt eine Geformen des Widerrufsrechts. Und das ist eins davon hier.